Willkommen hier am Samstag und heute ist es ruhig und meine Güte, der Regen hatte ich genug zuletzt eigentlich, aber okay, können wir jetzt nicht ändern. Wolfsburg gegen Bayern 0 für Leverkusen, damit fangen wir hier am Samstag an. Gestern gab es ja schon Gladbach gegen Frankfurt, heute außerdem noch im Programm Augsburg gegen Bayern und Dortmund gegen Schalke, morgen Hertha gegen Hoffenheim und zum Abschluss Köln gegen den HSV, also FIFA pur an diesem Wochenende. Und für euch damit wieder eine richtig schöne Gelegenheit beim Tippspiel mitzumachen, schreibt uns in die Kommentare, was ihr glaubt, wie das FIFA-Match ausgeht, beziehungsweise die reale Begegnung, ein F für FIFA, ein R für das reale Spiel, alle die mitmachen, werden am nächsten Wochenende, Bundesliga-Wochenende dann im Video erwähnt und wer die meisten Tipps richtig hat, wird unser Tippkönig und so spannend wie das zuletzt war, eventuell müssen sich da zwei Leute den Titel mal wieder teilen, kann durchaus sein. Ja, Mocke, du heute mit deinen Leverkusen denn am Start, ne? Ja, die magst du. Die mag ich, also mit denen komme ich komischerweise sehr, sehr gut klar. Ich habe jetzt keinen speziellen Verein, wo ich sage, auch mit denen komme ich eigentlich ganz gut klar, mit denen komme ich gar nicht klar. Ich spiele halt einfach gerne Leverkusen. Ich schaffe es ja komischerweise, früh Tore zu machen. Ich hoffe, das kriege ich jetzt auch hin. Ich hoffe nicht. Ja, aber man sieht, es hat hier ordentlich geregnet. Also man, ei, 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 ei. Das war sauber. Also man sieht, der Ball, der hüpft nicht gut. Gommes, Gommes. Oh, viel zu weit. Viel zu weit ist das ärgerlich. Es hat ordentlich geregnet. Also es ist immer noch dabei. Finde ich gut. Ja, mal abwarten, ne? Wie der Ball dann so springt. Da merkt man tatsächlich bei FIFA auch so einen Unterschied, ob es regnet, ob es sonnig ist. Da sieht man schon direkt, der Ball, der fliegt nicht so, wie er soll. Ja, und jetzt abseits. Ja. Haben sie wieder auf totalen Angriff gestellt? Ja, natürlich. Das passiert ja nur dann. Ja, das stimmt. Oh, das sollte doch kein Rückpass werden. Oh, nimm die doch... Oh, super, der Ball bleibt liegen in einer Matschpfütze. Ach, Herr Zerker, du weißt doch, wie es ist im Sandkasten. Aufpassen, da haben sie jetzt viel Platz, aber... Das ist mein Ball. Ja, leider. Boah, verspringt der Ball heute. Boah, jetzt rauf da. Freistoß wird hier gepfiffen. Naja, gut. Naja, da hinten in der Ecke. Osburg. Dreneser! 1 zu 0 für Bayer 04 Leverkusen. Das würde ich dir ein Tor schon geben. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, der fliegt weg. Ich habe nicht gedacht, dass der reingeht. Leverkusen, ja, die können das vertragen unter der Woche. Die FB-Pokal gegen Lotte ausgeschieden. Und das mit einem Mann mehr. Ja, und jetzt hier super Tor. Also meine gute Mucke. Ja. Der war nicht schlecht. Brand mit der Führung. Nach 19 Minuten, ja, Leverkusen mit denen. Triffste wirklich sehr früh. Es gelang dir mal wieder. Das sage ich doch. Ja, Leverkusen, bisschen in der Krise. Was hältst du eigentlich davon, dass der Trainer von Bayer Leverkusen gesperrt wurde für zwei Spiele, für seinen Ausraster? Ich fand die Reaktion von Streich besonders cool. Streich, wenn ihr es mitverfolgt habt, der hat sich ja darüber beschwert, dass auf die Trainer und auf die Trainerbänke und so auch noch Mikrofone eben gerichtet sind. Und ja, ich meine, es geht emotional zur Sache und dass man aber, weil natürlich alles aufgenommen wird, so alles im Detail auseinandernehmen kann. Und das fand ich eigentlich sehr gut, dass er das kritisiert hat, weil es geht emotional zur Sache und da rutscht einem dann auch mal irgendwas raus. Es ist ja, muss man ja auch dazu sagen, jetzt nicht so extrem beleidigendes gewesen. Es ist, weil emotional geht es zur Sache. Auch wenn ich bei mir, wenn wir eben vom Verein Fußball spielen, mein Gott, da raunzt man sich dann eben auch mal an. Oh, jetzt erst mal aufpassen. Und da ist das 2-0, wunderbares Solo, wunderbares Solo, 2-0 für... So eine Scheiße. Nein, hier, guck mal, jetzt sage ich so eine Scheiße und das ist doch nicht schlimm. Nach den 90 Minuten nach dem Spiel, da gibt man sich die Hand und alles ist in Ordnung. Man muss es natürlich nicht übertreiben, also es soll jetzt kein Freibrief sein, dass man alle möglichen Beleidigungen da raushaut. Aber einfach mal sagen, ach, halt doch die Schnauze oder sowas. Ich finde das jetzt auch nicht so dramatisch. Genau. Ich denke, die Strafe gab es auch, weil... Er Wiederholungstäter war. Genau, weil er Wiederholungstäter war, aber ich würde jetzt das jetzt nicht übertreiben und nicht überspitzen. Er sitzt jetzt einfach die Strafe ab und dann ist auch wieder gut. Und ich meine, der Trainer von Hoffenheim hat ja auch gesagt, es gab eine Entschuldigung und damit ist für ihn das Thema eben auch erledigt. Und dabei sollte man es dann auch belassen. Genau. Also ich finde das, also es sind halt Emotionen im Spiel. Das ist Fußball, ne? Also wenn du da sitzt wie ein Roboter und gar nichts sagen darfst, dann ist es auch irgendwo schwachsinnig. Genau. Das kann man nicht erwarten. Vor allem, wenn man dann wirklich leidenschaftlich dabei ist, wie Roger Schmidt. Ja. Klar, das war der Wiederholungstäter. Ist das jetzt kein... Ich sage mir ja auch der Meinung, du darfst jetzt hier halt die Schnauze oder sowas. Ist normal. Du darfst jetzt halt nicht mit den Wörtern kommen, die ich jetzt hier nicht aussprechen möchte, weil die am 18 sind. Das ist ja was ganz anderes. Das ist dann auch berechtigt. Aber wenn du jetzt sagst, sei doch leise, halt die Schnauze oder so. Oder hier zum Beispiel, meine Fresse. Das ist dann halt ganggeber und Emotionen. Da sollte man auch keine, keine, ähm, großes Fass drauf aufmachen. Genau. Haben wir beide ja auch. Sonst müsstest du nämlich jetzt schon, weil du gerade gesagt hast, das ist doch alles scheiße hier. Die Aufnahmestunde hättest längst beenden müssen. Ja. Oh, das hast du aber sehr gut gesehen. Ja, und das auch. Latte, 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 Latte. Scheiße. Ja, Wolfsburg, Dieter Hecking ist ja entlassen worden. Das hat mich überrascht, ganz ehrlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich mag den als Trainer eigentlich sehr und ich finde, der passt auch gut zu Wolfsburg. Aber okay, kann man jetzt nicht ändern. Der ist weg. Es läuft trotzdem jetzt gerade nicht so gut. Wir liegen 2-0 hinten. Meine Güte, das ist schlecht. Wolfsburg ist ja, hängt im Abstiegskampf momentan. Ja. Ja, natürlich. Auch wenn ich mir, ähm, den Transfer von Gommers und so ansehe, die hat natürlich ganz andere, äh, äh, Pläne. Ja. Für die Saison. Das läuft noch nicht gut. Ja, die wollten ja auf jeden Fall, war das Ziel ja international. Ja. Äh, äh, nächste Saison spielen. Und das war abseits. Und das ist ja bis jetzt, das ist ja momentan weit in die Ferne gerückt. Ja. Aber da strauchelt, da strauchelt ja nicht nur Wolfsburg, da, sondern einige eigentlich gesetzte Mannschaft, muss man sagen. Weil Hertha, Leipzig, Köln und so, die haben, oder Hoffenheim, ich glaube, die hat keiner momentan als Bayern-Verfolger Nummer 1 da oben, ähm, gesehen. Wenn man, wenn man guckt, Hoffenheim noch ungeschlagen, Leipzig vor allem noch ungeschlagen. Köln mit einer Niederlage erst. Ähm, ja, also. Das war aber auch echt knapp. Ja. Ich würde ihm... Drin, 3-0. Oh, scheiße. 3-0. Man sieht aber auf jeden Fall, dass einige Vereine, ähm, gerade richtig zu knabbern haben, die eigentlich sonst gesetzt sind und momentan sich im Mittelfeld oder im Abstiegskampf da befinden. Auch so blöd abgefälscht hier. Ja. Hast du wieder den Hintern dazwischen gehabt? Es zielt als Eigentor. Eigentor. Oh nein. Ist mein drittes, glaube ich. Ja, die Statistik führst du hoch. Haus hoch. Ich glaube, ich habe eins stehen. Und 4-0. Bro, was ist denn da los? Alter. Ei, 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 ei. Also jetzt gibt es hier große Pfiffe im Stadion. Das kann ich auch total verstehen. 4-0. So ein Debakel nach 45 Minuten. Boah, das erinnert mich irgendwie an den letzten Spieltag. Da warst du umgekehrt. Boah. Scheiße, scheiße, scheiße. Also das kann ich mir gar nicht erklären, warum wir so neben der Spur stehen. Halbzeit. Oh, das ist erst Halbzeit. Oh ja. So, wir schauen mal. Schüsse. Guckt euch das mal an. Mucke hat nur drei Schüsse, nur drei aufs Tor und trotzdem vier Tore erzielt. Ich habe drei Schüsse und nicht einmal getroffen. Ja, ich glaube, meine beste Chance, das war der Lattentreffer. Ballbesitz. Hast du mehr? Zweikämpfe? Ich. Fahrt ausgeglichen. Du hast eine gelbe Karte gesehen. Abseits 2-0. Ecken 1-0. Schussgenauigkeit 100%. Und vier Tore. Das heißt, über 100% aus den Schüssen gemacht. Das ist auch nicht verkehrt. Passgenauigkeit. Die gehe ich immer ein bisschen vorne. Ja, also, wir Wolfsburger, wir müssen uns jetzt in den Arsch treten, sage ich mal. Und eine ganz andere zweite Halbzeit zeigen, wenn wir hier überhaupt nochmal rankommen wollen. Genau. Also Leute, macht genauso weiter wie vorher. Tretet ihn in den Hintern, Jungs. So. So, damit kann ich... Oh, oh. Jetzt wollte ich gerade verlassen drücken. Boah. Ey, das ist... Ja gut, okay. Das wird das... Boah, da hätte ich jetzt aber... Mucke gibt freiwillig auf. Beim Stand von 4-0. Okay. Ich traue dir hier auch keinen Sieg zu, bin ich ganz ehrlich. Ach, jetzt pfeift er hier so eine Kleinigkeit. Also das ist nicht zu pfeifen. Also da habe ich aber keine Verständnis für jetzt. Das war jetzt übertrieben, weil guck dir das an. Haben wir den überhaupt getroffen? Ach, ich habe den doch gar nicht getroffen. Nee, also das muss man nicht pfeifen. Oh, scheiße. Oh. Oh. Ui, ei, 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 ei. Okay, kommt schon. Der Rehung um 180 Grad und dann ab nach vorne. Also das andere vorne. Okay, nach vorne. Kannst du haben. Durch die Beine erst mal fett getunnelt. Oh, das kann nicht wahr sein. Schöner Block. Torwart. Warte, nimm den doch in die Hand. Hätte, also, das kann man ja nicht als Rückpass, äh, machen. Das wäre auch kein Rückpass gewesen. Oder hättest du jetzt gesagt, das wäre ein Rückpass gewesen? Nee, garantiert nicht. Deswegen. Er hätte ja den Ball in die Hand nehmen dürfen. Schön, komm, jetzt durchstürmen. Okay, 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 okay. Huh. Ja. Nein, 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 nein. Nein. Arschlecken. Drauf. Ah, das ist zu wenig. Ist scheiße wenig. Volland. Gut. Weiter, weiter. Nein. Boah. Da hätte ich Elfmeter gefiffen. Da hätte ich Elfmeter gefiffen. Das, das war ganz grenzwertig. Da bin ich ehrlich, da hatten wir jetzt Glück. Deswegen habe ich auch schon auf den Pfiff gewartet. Ja, also, das war ein Elfmeter. Und hier ist schon wieder abgefälscht von meinen Typen. Das sehe ich gerade. Nächste Ecke. Da hätten wir wirklich Glück. Uhu. Warum waren die alle schon wieder auf dem Weg zurück? Oh, scheiße. Also, von den Wölfen sieht man jetzt nicht unbedingt mehr als im ersten Durchgang. Das ist ein bisschen enttäuschend. Gut aufgepasst. Hol dir schnell den Ball. Komm. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter, das Zweikampfverhalten ist aber auch echt schlecht. Scheiße. Ja, gut. Gehalten. Ja, da musst du hin, Junge. Ey. Ja, der Winkel wurde mir dann auch nur mal zu spitz. Komm, komm. Aber setz dich doch einfach mal durch. Genau. Genau so. So erwartet das der Herr Zenker. Genau so. Oh, schade. Oh. Ja, ja. Ja, 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 ja. Geh weg. Geh weg. Das war zu weit. Wer da hinten abseits gewesen. Und jetzt gehe ich... Oh, faul ich auch noch blöd. Und kriegst gelb. Ach, das ist einfach schlecht. So werden wir hier kein einziges Tor erzielen können. Na. Oh, hätte ja klappen können. Der war nicht ungefährlich aus der Entfernung. Ja, ich hab mal gedacht, probierst du mal was, womit du noch überhaupt nicht rechtest. Das war ja nicht zweite Reihe, das war schon fünfte Reihe. Ja. Block C. Ein Schuss nach dem anderen. Also es geht nur in Richtung Wolfsburg heute. Oh, nein. Scheiße. Nochmal Ecke. Ja, wir gucken uns das nochmal an. Schön gehalten. Ach, nee. Ich hab hier auf totaler Angriff. Ui. Also die Verteidiger greifen eher an aufs eigene Tor, ne? Ja, ich weiß nicht warum, aber die wollen... Also wenn du noch einen 5-0 haben möchtest, Bro, ne? Dann sag mir das. Ah. Gren. Oh, schade. Jetzt wollte der Leno umbringen. Nein. Gut. Oh, Mist, ey. Lass den doch nochmal abtropfen. Torwart hat ihn gut abgeworfen. Wir können ihn nicht abfangen. Schade. Ach, bitteschön. Das war schon ein Geschenk. Daumen! Eieieiei. Ach, Manni. Eps. Oh, der flog aber weit, weit weg. Scheiße, 80. Minute. Wird Wolfsburg noch den Ehrentreffer bekommen? Ja, den hast du nicht mehr. Warum läuft der denn nicht? Den hätte er doch locker noch bekommen. Bitte. Da hast du ihn doch. Ich hab ja Mitleid mit dir heute. Also zumindest heute Nachmittag mal. Ja, wie weit willst du denn noch rennen? Schöne Flanke, schöne Flanke. Schöne Flanke, ja! Gut. So, Chicharito. Ja, gut so. Der läuft nicht mehr. Der läuft nicht mehr. Der ist tot. Hatte der nicht schon gelb? Nein, das war der andere. Ach, das war der andere. Auch gut. Das hab ich alles im Blick. Das hab ich alles im Blick. Ja, gut. Oh, warum rennst du nicht? Oh, scheiße. Ah, scheiße. Ja, der war das. Der war das. Jetzt hol ich mir extra noch ne rote. Gelb-Rot. Das ist ein ganz miserables Spiel von den Wolfsburgern. Richtig schlecht. Oh, Manni. Oh, Manni. Pah, schade. War gut gedacht. Gut gesehen. Und leider doch nicht rein. Oh, schade. Das war stark. Schöner Abschlag. Gefällt mir sehr gut. Oh, so weit sollte er da doch nicht fliegen. Hi, aia, pah. Gut gemacht. Oh, nein. Ein bisschen zu wuchtig geschossen. Oder gepasst. Oh, Ende aus Mickey Mouse. 4 zu 0. Das tut ja richtig weh. Und ein Pfeif-Konzert ja zurecht. Also im zweiten Durchgang haben wir zwar kein Gegentor mehr kassiert. Nee, aber auch nicht wirklich gefährlich nach vorne gespielt. Schöner Treffer. Genau. Offensiv war das richtig blöd. Die gefährlichsten Leute waren tatsächlich unsere Verteidiger. Aber das war das falsche Tor. Ja. So, also Tore. Ui, 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 ui. Das spiegelt sich aber auch wieder in der Statistik heute. Ja, Schüsse. So dreimal so viele Schüsse aufs Tor. Also sogar viermal so viel. Mehr Ballbesitz. Ich mehr Zweikämpfe. Mehr Fouls. Mehr gelbe und rote Karten. Immerhin. Da kann ich nach wie vorführen. Abseits Ecken. Nee, abseits für Ecken. Du, Schussgenauigkeit bist der Besserpassgenauigkeit auch. Beides 80%. Ja, mein Gott. 4 zu 0. Das ist kein guter Auftakt hier am Samstag. Nachher Augsburg gegen Bayern. Und dann noch Dortmund gegen Schalke. Da muss ich wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Ansonsten kocht mich Mucke heute ab. Drückt mir die Daumen. Und bis nachher. Tschüss. Bis nachher. Tschüss.